Musik Sinedin. Von diesem Hengst wird man noch viel hören. War sich die Fachpresse einig nach Sinedins grandioser World Cup Premiere beim Stuttgart German Masters 2012, bei der der damals erst 8-jährige Rang 7 belegte. Musik Und auch Sie sind 0. Musik 48,42 Clear 48.42 für Sinedin und Ludger Bärbaum. Sinedin sammelte zunächst in Polen Siege und Platzierungen in Springen bis 1,30 Meter. 2012 wechselte er unter den Sattel von Ludger Bärbaum und stand gleich in den internationalen Youngster-Touren von Rotterdam, Aachen, Münster und Paderborn mit vorn. Musik Blitzschnelle Reflexe, grenzenloses Vermögen, Ehrgeiz und Vorsicht kommen bei Sinedin in idealer Weise zusammen. Musik 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 Der Vater Gidam von Gidam de Revelle stellte zahlreiche Angelegenheiten in den USA. Nachkommen im Championatsformat und war 1996 Hengst des Jahres in den Niederlanden. Die Mutter, Una Donia, verbuchte Erfolge bis 1,45 Meter Springen. Der Holsteiner Muttervater Heartbreaker firmiert aktuell an fünfter Stelle im WBFSH-Ranking der weltbesten Springvererber. In dritter Generation befolgt der Holsteiner Präferenzhengst Burggraf vom Landgraf 1 Corde la Brienne. Applaus Musik 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 Musik